Musik Musik Ein zweifaches Jubiläum im Zeichen der 75 Begeht das Werk Rheinhausen der Fried-Krupp-Hüttenwerke AG In diesen Tagen erschmelzen die Hochöfener die 75 millionste Tonne Roheisen seit Bestehen des Werkes Vor 75 Jahren, im Sommer 1895, war bei Krupp die Entscheidung zur Errichtung dieses Hüttenwerkes am Niederrhein gefallen Auch bei vielen Strukturveränderungen in der Stahlherstellung hat sich gezeigt, dass dieser Standort des Hüttenwerkes, gleich am Rhein, vor 75 Jahren ausgesucht, heute noch genauso günstig ist Wichtig war bei dieser Entscheidung nicht nur die Lage zur Kohle, sondern auch zur Wasserstraße Rhein Musik